So hallo alle beisammen, heute habe ich mal eine weitere Farm für euch und das ist eine Eisenfarm. Das Ganze ist eine ziemlich kompakte Eisenfarm und ist genauso effizient wie die, die die meisten von euch vielleicht kennen. Es benutzt nämlich nur 22 Holztüren und 10 Villager insgesamt, also 5 in jeder Kapsel. Und damit habt ihr jetzt schon ungefähr die Ressourcen hier benötigt. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze baut, dann bleibt jetzt dran, denn jetzt kommt das Tutorial. Gut, alles was ihr beachten müsst, ist bei der Farm, dass ihr ca. 100 Blöcke von einem anderen Dorf weg weit seid. Weil wenn ihr eine Tür setzt, die näher als 70 Blöcke ist, dann wird sie zu dem Dorf hinzugefügt und das wollen wir nicht. Also fangt ihr mit eurer Output Chess, wo nachher euer Eisen drin landet und setzt mit Shift Hoppers so hinten ran, dass egal wo ein Item reinfällt, dass die Items dann immer in einer Kiste landen. Dann geht ihr außen rum und setzt hier 3 Blöcke nach oben. 1, 2, 3, dass ihr insgesamt hier 4 habt und setzt hier Quadrate aus Glas. Das muss nicht Glas sein, ihr könnt auch solide Blöcke nehmen. Aber bei Glas könnt ihr halt reingucken, ist nicht zwingend notwendig. Dann setzt ihr hier noch 4 weitere Blöcke und packt Zauntore rauf, die ihr alle öffnet, damit die Iron Golems durchfallen können. Irgendwas, was Lava aufhält, ihr könnt auch Schilder benutzen. Und setzt dann hier oben Lava rauf, der Klassiker. Dann geht ihr zu einer Ecke und geht davon 8 Blöcke weg, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und setzt hier ein Block, das müssen keine Slaves sein, das können auch ganz normale Blöcke sein. Dann geht ihr hier und geht nochmal 8 Blöcke weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und setzt hier ein Block rauf und dann habt ihr hier eine Ecke der Farm. Das Ganze macht ihr hier drüben nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Setzt ein Block rauf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann habt ihr hier wieder eure Ecke. Wenn wir nämlich nachher das Wasser reinsetzen, achtet immer drauf, dass die Streifen von der Lava bis zum Rand immer 8 sind, weil soweit das Wasser fließt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Okay, das passt perfekt. Und dann füllt ihr das ganze Quadrat aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr das Quadrat ausgefüllt habt, sollte das ungefähr so aussehen. Ihr geht hier dann weiter und setzt hier eure Wand drin und macht immer zwischendurch mal Lichtquellen hin, damit keine Monsters bohren in der Nacht und die Villager, die ihr nachher reinsetzt, töten. Oder, naja, 1, 2, 3, dann hier wieder 1. Ihr müsst es nicht mit 3 machen, aber ich mache es bisher immer so. Hier habt ihr wieder 3 und dann kommt hier eine Lichtquelle hin, wieder 3. Und so weiter. Dann geht hier wieder weiter. Und hier auch. So, dann habt ihr hier wieder eure beiden Lichtquellen. Ihr könnt auch Fackeln benutzen oder Glowstone, das ist alles euch überlassen. Und dann habt ihr schon das erste Feld, wo nachher Wasser reinkommt. Um zu testen, ob ihr die richtige Größe habt, könnt ihr hier ein Wasser einsetzen. Das sollte perfekt bis zum Rand fließen, ohne dass die Lava zu Obsidian wird. Und das gleiche von allen Seiten, damit ihr das testen könnt. Gut, dann bauen wir weiter. Wir gehen dazu hier 3 Blöcke nach oben und setzen hier eine Slap hin. Es müssen keine Slap sein, es können wieder volle Blöcke sein. Und achtet darauf, dass es eins von den Mittelblöcken von der Lava ist. Und gegenüber macht ihr das gleiche. Aber ihr müsst aufpassen, hier, das geht zu diesem Mittelblock. Und dann geht ihr eins weiter zur anderen Seite des Lavateils. Und geht dann auf die andere Seite und dann habt ihr hier, dass es eins versetzt ist. Dann geht ihr auf beide Seiten und setzt 5 Blöcke ran. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier das gleiche nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann solltet ihr 2 Streifen haben, die 11 lang sind. Und darauf könnt ihr dann eure Türen setzen. In welche Richtung die zeigen, ist egal. Ich mache es jetzt einfach so. Sonst hat mir bisher immer geklappt. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Ich habe es bisher nicht ausprobiert. Und danach setzt ihr eure zweite Ebene rein. Dazu setzt ihr hier eine Slab oder einen vollen Block. Und achtet darauf, dass wenn es eine Slab ist, dass es auf der oberen Hälfte ist. Nicht auf der unteren, sondern auf der oberen. Ganz wichtig. Und macht dann das gleiche wieder wie unten. Hier auch. So, ich mache das Ganze jetzt mit einem Fill-Command, damit es schneller geht. Und hier auch. Zack. Und ja, dann habt ihr wieder das, wonach euer Wasser raufkommt. Achtet darauf, dass ihr die Mitte frei lasst. Ihr könnt sie am Anfang zubauen, damit ihr nicht in die Lava fallt. Oder ihr setzt die Lava ganz zum Schluss rein. Ist euch überlassen. Nicht, dass ihr noch sterbt. Und dann macht ihr wieder das Gleiche. Setzt hier eure Blöcke lang. Einmal rumkomplett. Hier genau das Gleiche. Und so. Dann könnt ihr wieder Lichtquellen dazwischen tun, wie ihr wollt. Das ist jetzt euch überlassen. Und dann habt ihr das jetzt direkt fertig. Dann können wir jetzt die Villager reinmachen. Dazu guckt ihr auf der Ecke. Hier sind drei Blöcke neben den Türen. Und hier sind vier. Dann geht ihr zu der, wo die kleinere Zahl ist. Also hier. Und setzt hier erstmal Slaps hin. Zerstört diesen Block. Und geht hier noch zwei weiter runter. Und setzt hier weitere Slaps hin. Oder diese könnt ihr erstmal weglassen. Weil da gleich die Villager reinkommen. Dann könnt ihr Glas oder sowas hinsetzen. Dass ihr einen schönen Einblick zu den Villager habt. Und hier noch eine Sicherheit, dass sie nicht so schnell rausglitschen. Falls ihr auf dem Mehrspieler-Server seid. Und dann holt ihr eure Villager. Und packt sie rein. Ihr habt jetzt natürlich keine Spawnex. Ihr benutzt am besten Minecarts oder so. Aber achtet da drauf, dass hier fünf Stück drin sind. Hier. Genau fünf Stück. Ihr könnt auch mehr reinmachen. Aber fünf Stück reicht völlig. Und so weiter. Und das gleiche macht ihr auf der schräg gegenüberliegenden Seite. Geht hier auch zwei weitere runter. Und setzt hier Glas oder volle Blöcke ran. Was weiß ich. Macht ihr wieder eure Villager rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und deckt das Ganze wieder ab. Und hier unten auch. Damit ist eure Eisenfarm schon fast fertig. Das letzte was fehlt ist euer Wasser. Dazu lässt ihr zwei Blöcke frei. Immer so. Und fangt dann hier an Wasser bis zur anderen Seite zu setzen. Und hier passt ihr auch wieder auf, dass ihr diesen Teil frei lässt. Immer nur am Rand. Weil sonst entsteht eine unendliche Quelle. Und da müsst ihr das Wasser wieder weg machen. Weil die Strömung dann nicht mehr da ist. Und. Da müsst ihr das alles neu setzen. Weil wenn nachher Iron Golem spawnen sollen, die auch in die Mitte getrieben werden. Damit sie dann in die Lava fallen und euch schön viel Eisen geben. Und wenn ihr das so habt. Und erfolgreich keine unendliche Quelle gemacht habt. Dann guckt ihr in den Ecken und setzt hier eins oben drüber. Und so füllt ihr die Ecken auf. Das für den Ernstfall, dass Golems in den Ecken spawnen. Dass da dann auch nichts passiert. Und das gleiche macht ihr dann nochmal hier unten. Wenn ihr das Ganze fertig habt. Sollte es nicht allzu lange dauern. Bis zuerst ein Iron Golem spawnen. Hier unten ist jetzt gerade schon einer gespawnt. Und die sterben dann hier drin. Und geben euch Eisen. Das dauert maximal sieben Minuten. Weil alle sieben Minuten spawnen ungefähr ein Iron Golem. Das kann manchmal auch schneller gehen. Manchmal also sieben Minuten ist die oberste Grenze. Und wenn das nicht funktioniert, dann habt ihr was falsch gemacht. Aber eigentlich kann man bei der Farm nichts falsch bauen. Und es ist schon alles. Es ist ziemlich kompakt. Und wenn ihr auf einem Server spielt, der relativ laggt. Dann könnt ihr diese Zelle auch größer machen. Und da dann Wasserströmen setzen. Die zur Mitte führen. Die dann die Villager immer in die Mitte drücken. Aber dass sie trotzdem nicht rausglitschen. Das ist noch ein kleiner Tipp von mir am Rande. Und ja, ansonsten hoffe ich euch, dass das Video gefallen hat. Und wenn euch es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr mehr solch Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Aber das war's von mir. Emo Nadeo und ich bin weg. Und dann lasst dich überhaupt nach. Und dann lasst dich da. ил. Untertitelung des ZDF, 2020